Umlaufen das machen will Wisst ihr was? Ich zähm in Zukunft mal Hunde und dann seh der ganz blöd aus Das wär lustig, wenn die sich jagen würden Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis zwischen den zwei dann ist Wär doch bestimmt mal lustig, das auszuprobieren Hm Ich glaub, das probier ich jetzt dann gleich mal im Creative-Modus aus Also, wo sind wir? Äh, verdammt, wo sind wir hier? Aber egal, wir haben Kohle, hey Ach, ich weiß, wo wir sind, ich weiß, wo wir sind Naja, das, ich, ich wollte hier hin Ich wollte hier hin, Leute, ich wollte hier hin Aber, ich vermute mal, wir müssen dann wieder etwas weiter nach hinten Also, nochmal ein bisschen weiter zurück gehen Warte mal, glitzert das? Ey, guck mal, das glitzert Hey, das ist ja cool Sieht bestimmt beim Diamant geil aus Ja, wir sind in der Höhle Und wo genau? Wir sind hier Genialo Genialo, Genialo Gut, dann brauchen wir Hier kommt das Eisen, das nehmen wir noch mit Wir wollen ja nicht so, wir wollen ja nicht so sein, ne Aber Hier Ab hier mache ich dann schon mal dicht Und hier haben wir dann direkt die Verbindung in die Höhle Und wir machen es dann so Weil der ganze obere Teil, der wird ja dann nicht mehr existieren Der ist ja dann komplett weg Das wird man ja dann auch gar nicht mehr brauchen Und ich mache das jetzt mal mit Mit den Cobblestones Weil das ansonsten viel zu extrem scheiße aussieht So Ja, und hier können wir dann eigentlich auch das Ganze hier weg machen Dann haben wir einen größeren Eingang Moment, wir können jetzt eigentlich Wir machen das E2 breit Beziehungsweise 3 hoch Ähm Soll ich da ja dann Ja, ich Mach das dann so Ey, das ist so cool, ne Ich bin gerade in so einem In so einem Rausch hier gerade drin, ne Abgesehen davon, dass ich mir natürlich vor der Let's Play Aufnahme Erstmal 3 Lines reingezogen hab Nein, hab ich natürlich nicht Leute, ne Drogen, nur was ganz, ganz Schlechtes Vor allem in Verbindung mit Alkohol Hab ich gehört Hab ich gehört Irgendwo hab ich das mal gelesen Das war, ähm Die Bildzeitung Ja, genau, das war die Bildzeitung Alle schön auf die Bildzeitung schieben Wie sie es ja auch bei den Leuten macht Hey, wie dunkel ist das, was von mir wurde Hey, ich hab wieder das Licht angemacht Oh, ich hab noch 3 Minuten Was hab ich denn bitte für Musik da rein War super dazu, find ich, ne Einfach diese, diese Klänge, die sind so schön Ich zünd mir gleich mal so ne, so ne, so ne, so ne Friedenspfeife an Ja, das Und dann müssen wir noch eins weiter nach unten gehen Hm, eigentlich können wir auch diese ganze Wand da rausruppen Na, ich rat's aber erst erstmal so Also, ich baue jetzt nochmal hier den Gang hier aus Und dann Höre ich dann auch wirklich endgültig mit der Aufnahme auf Ich kann da wirklich Gronkh zum Beispiel verstehen Wenn er sagen will, so, ich unterbreche auch gleich die Aufnahme Aber dann macht man halt immer noch weiter Weil man halt denkt, naja, was man jetzt noch machen könnte Das würde man vielleicht eventuell später irgendwann mal nicht mehr schaffen Oder Einfach nicht mehr, äh, machen Weil man es irgendwie, ja, vergisst oder irgendwie so So, ich mach jetzt hier erstmal nur Cobblestone hin Und ich glaube, hier ist schon Wasser, ne Da ist Wasser, aber das ist gar kein Thema Dann machen wir jetzt einfach folgendermaßen Mal kurz hochschwimmen und dann Schnell, 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 schnell Und zwar machen wir dann Das einfach so So, ja, jetzt, so wird's passen Weil die Höhe, die ist ja annehmbar Annehmbar, ja, die ist Die ist noch okay Aber hier dann einfach wieder so machen So Okay, hier mach ich jetzt nochmal Das schnell weg Und dann höre ich auch wirklich gleich auf Und da ist wieder Wasser Natürlich Aber bitte mit Sahne Ich weiß gar nicht, warum mir das gerade einfällt Ich find auch die Die Fackelanimation unter Wasser sehr, sehr realistisch Das find ich auch sehr cool Da hat man sich echt Hat man sich echt was dabei gedacht Hilfe Ich hasse Wasser, ich hasse Wasser Und da ist dann auch gleich wieder Wasser Wenn ich dann hier jetzt was wegmachen werde Genau Es ist mir wichtig, dass es erst Hm, warte mal Eigentlich Ja, 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 ja Ja, doch, 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 doch Da weiß ich, da weiß ich was Alles Nee, ist gar nicht so schlimm Ist gar nicht so schlimm Ist alles chillig Gut, das passt schon so So, halt Faltes Item Ich weiß da Ich weiß Ja, doch Ich hab da schon eine Lösung So Ich glaub, das wird sogar ziemlich episch Wenn ich das so machen werde Wie ich es gerade im Kopf hab Ich glaub, das wird sogar sehr episch Und dann können wir das hier so wegmachen Und dann haben wir hier einfach Ganz normal den Den Aufstieg So Was kann ich denn hier Erstmal, warte mal Ich mach mal eine Kiste Und Es haltet die Nein Nein, nein, nein Ich beleidige euch nicht wieder Ähm Wo haben wir denn hier Wunden Planks Da So Erstmal Eine Kiste Ähm Warte mal Ich tu jetzt mal das kurz weg Die Kiste Wo ist denn die Kiste? Die ist dort Geh mal weg Katze Ähm Cobblestone 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 Äh Cobblestone Enderperle String Bone Da 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 Sticks Glas brauchen wir erstmal nicht Ähm Stone Das ist jetzt auch mal da Den Gravel Den brauch Moment mal Den Gravel Den will ich mal eben nochmal kurz was Da will ich eben mal kurz was machen So Fans brauchen wir jetzt auch nicht Ähm So und ich wechsle mal wieder aus mit dem anderen Schwert So das brauchen wir auch nicht Das brauchen wir auch nicht So da will ich jetzt eben mal Hier so einen Weg hin machen Der da irgendwo dahinter irgendwo führt Um das einfach mal etwas schöner aussehen zu lassen Ähm Ne warte Hier muss Sand hin Ich glaube Das wird echt ein bisschen nervig mit den Katzen Aber Ich werde sie selbstverständlich Nicht Umbringen Dann wäre ich ja ein totaler Unmensch Niemals würde ich das Meinen Katzen Antun Ähm Und jetzt genau jetzt kommt Morrowind So doch das ist sehr schön Gut Freunde Äh Wir haben 20 Uhr Ähm Ich möchte jetzt auch mal die Aufnahme stoppen Ähm Das reicht jetzt erstmal Wir sehen uns wieder In näher Zukunft Und dann ähm Wünsche ich euch noch eine schöne Woche Oder je nachdem wie lange halt eben die Folgen Ausreichen werden Vielen Dank fürs Zusehen Äh Euer Let's Play Games For you Tschüssi Kowski Und ciao ciao Ciao